so hallo wir machen weiter bei kirby und das vergessene land ich habe letztes mal gesagt wir gehen jetzt in die wortel die stadt und das machen jetzt natürlich auch denn erstens ist da ein neues gebäude hat uns findings was erzählt und die arena wollte man sowieso anschauen die habe ich komplett vergessen was haben wir denn da ok wortel dies kramladen ok schauen wir mal was es da gibt was mit dir eigentlich nicht die blaupause für eine neue entwicklung von kuglitz ist irgendwo in invasion im horrorhaus im gebiet von daria ruinen versteckt habe ich die nicht gefunden dann oder was eines lochs in der wand zu sein nach einer grünen habe ich die dann nicht gefunden ich will nicht mehr erfahren ok alles klar okay wenn man mit dem öfter mit dem quatscht ja ist okay dann war es ja sogar ganz gut mit dem zu quatschen haben wir hier eigentlich hier ist aber für den kuglitz haben wir bisher noch nicht dann habe ich das nicht gefunden bisher das ist nur hier das ist noch ohne upgrade ja ok dann habe ich das verpasst oha das müssen wir dann ja wirklich mal gucken ich habe einfach eine blaupause verpasst sachen gibt es na gut so guck mal was wo kommt das denn her 250 stern münzen ja das sage ich nicht nein war da sage ich nicht nein er hat auch wieder was zu erzählen aber ich ah ok aber ich kann nicht im team modus mit dir spielen aber ist gut zu wissen so aber die münze hier nehme ich mir natürlich standardmäßig mit so was haben wir jetzt hier krams laden wir können in den krams laden wir werden jetzt ja vielzahl von eines die ist vorübergehend boni ah ok das ist wahrscheinlich schild angriff und irgendwas anderes ja ich verstehe ok verdoppelt die kp angriff plus und tempo plus ok ja ja brauchen wir jetzt erstmal nicht so ok ja wir oh die nehmen wir auch natürlich wieder mit na dann gehen wir mal in die arena anmeldeberecht des kolosseums turniere anmelden in denen du gegen viele besiegte bosse antrittst ja ja metanite ist anwesend ich weiß absolut oha ok belohnung 500 oh da gibt es sogar diese sterndinger und für den ersten abschluss gibt es eine rolle oh mein gott ja super wichtig crazy sechs kämpfe das metanite turnier ok let's go ok let's go na bin ich mal gespannt wie schwer das wird oh oh ok die sollte ich wahrscheinlich jetzt nicht alle einsammeln sondern die sind dann wahrscheinlich zum noch sechs kämpfen ah man weiß auch nicht was kommt oder wie oder ist das jetzt ich glaube das ist der affe der da kommt ne sieht wie der affe aus wir haben ja eh schon die bomben ausgerüstet dann lassen wir die mal ui ja aber es ist nicht mal in der arena sondern man kämpft wirklich auf dem alten platz wo man vorher auch schon gekämpft hat ok hätte jetzt ja schon gedacht dass sie zumindest dann dass sie zumindest wieder die dass sie halt zumindest die gleichen boss kämpfe aber mit neuem hintergrund aua also halt wie in der arena ne dann machen aber machen sie dann eben nicht ok oh das juckt den überhaupt nicht schade ach ich wollte nochmal ausweichen naja ok ja ok jetzt kann ich mir hier neue sachen aussuchen jetzt kommt der baum ne beziehungsweise ne das sieht nicht nach baum aus was ist das was da kommt ach ne das ist so ein ich glaube es ist ein doppel ist es ein doppel boss kampf der schwert typ und weiß ich gar nicht was das andere ist aber kein grund jetzt hier eine tomate zu weiter so ein doppel mini kampf wahrscheinlich ja genau also einmal der typ hier den habe ich schon aber den anderen den anderen schatten habe ich nicht erkannt ach scheiße so wer kommt jetzt noch ach das war dieses viech ok alles klar aber die bomben machen extremst gut schaden holy moly tschüss gut und wieder zwei kleinere boss kämpfe ok nehmen wir mal ne tomate aber wir bleiben bei der bombe ah scheiße was mach ich nicht alter wie viel schaden man mit so bomben machen kann insane so tschüss und dann noch der hammertyp ok ok tschüss ich habe nur ein bisschen bammel vor wenn Tazandra kommt Tazandra muss ich nicht haben ja jetzt kommt der baum genau so habe ich mir das schon gedacht ach guck mal wir können uns sogar als eine kleine heilung nehmen also es werden die tomaten dann trotzdem durch kleine heilungen ersetzt oder wie ok na dann ja welche zuschauer hier kann es keine zuschauer geben hier ist keine arena kollege ach scheiße das kennen wir ja alles schon ja ist wurscht interessiert halt überhaupt nicht lol einfach weggebombt aber das bedeutet es kommen noch zwei kämpfe und dann kommt noch Tazandra ach ne Tazandra kommt jetzt schon was iiih na dann auf geht's achso nur weil wahrscheinlich der letzte Kampf gegen Meta Knight ist oder das würde zumindest Sinn ergeben ah Mist ist ja schön durch die Bomben durch hast du super jawollo jetzt haut sie wieder ab oh jetzt kam sie schneller wieder als ich dachte okay und tschüss ach komm mach dich oh wirklich oh ich hab meine Bombe verloren ups oh was ist das denn ah einfach Münzen wahrscheinlich oder was ok so und jetzt gegen Meta Knight dann nehmen wir noch mal Energie mit und jetzt haben wir Feuer oder Dings zur Auswahl ja dann machen wir das hier ok ok den Kampf kenne ich jetzt noch nicht logischerweise achso ne wir müssen mit Schwert kämpfen ok ja gut er gibt doch mehr Sif ok 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 nice aber warum nicht die normale Meta Knight Musik geht was das denn m ich möchte hier hören einfach eine neue Meta Knight Musik ok bisher ist er nicht sonderlich schwierig was macht er jetzt ok Dinge tut er Elf Okay Ähm Okay Ja, okay Das sieht schon ein bisschen gefährlicher aus Aua Ja, so komme ich nicht an dich ran, Kollege Das ist frech Und jetzt mach Abflug Ach, du bist gar nicht Meta Knight, oder was? Oder es sieht ja so drunter aus, unter der Maske Ich weiß es nicht So, sehr schön Was kriege ich jetzt alles? Die Rolle kriege ich auf jeden Fall 500 Sternmünzen Genau, den da, richtig Die Meta Knight Schwertblaupause Uh, dann ist das Schwert nochmal krasser, oder was? Oha Gibt's jetzt auch schon eine neue Dings Oder ist nur die Meta Knight Dings im Moment verfügbar? Wahrscheinlich mit jedem Boss, den ich erledige, halt die nächste Stufe, ne? Und ich hab ja noch nicht mehr erledigt Ja, genau, genau Deswegen hier sechs Kämpfe Ja, okay, okay Alles klar Gut, dann haben wir das auch einmal Auch mal erledigt So, dann holen wir uns gleich das nächste Schwert ab Jawollo Zack Wusste gar nicht Also dann gibt's für Gibt's dann Für jedes Drei Phasen Oder gibt's hier einfach Oha Gibt's dann für jedes vielleicht wirklich mehrere Oh, dafür brauche ich jetzt schon 1200 und drei Sterne Oder nur für spezielle Waffen Ja, wir werden sehen Wir werden sehen Nice Oh, das ist jetzt schon ein krasses Schwert Vor allem, ich seh jetzt auch aus wie Meta Knight Oh mein Gott Yeah Und ich hab meine Drehung wieder Und ich kann schießen Oh mein Gott Ja Achso, nur bei vollem KPA Ah, Zelda Zelda, Zelda-Ding hier Okay, okay Ah, okay Oh, was, was, was? Mit LR plus B Führst du einen Schwertrutscher aus Okay Und drückst du gleich darauf B und wiederholt Y Ja, moin Ein Pore-Kalibur an Was? What? Ah War das das? Ne Oh, das hier war da Oha Okay Crazy Alles klar Da würde ich ja fast Gerne einfach jetzt nochmal mit dem neuen Schwert hier nochmal durch die Arena sausen Warum nicht? Das machen wir Kommt, das machen wir schnell Kostet ja nicht mal was Das kostet ja nicht mal was Du kannst ja einfach teilnehmen So Das ist ja kein Verlust Let's go Alter Wie man einfach Wie man ihn einfach wegfetzt Viel zu stark gerade Viel zu stark Zack Nice Okay, jetzt kommt der Affe Wir nehmen kurz eine Tomate Ich will ja einfach Ich will ja nicht einfach Ich will jetzt nicht auf gut spielen Nicht, dass ihr denkt Der lässt sich immer treffen Ich will nicht auf gut spielen Ich will einfach nur drauf schlagen Schaut euch das an Wie schnell man die einfach kaputt macht hier Keine Chance Sick Naja komm Wenn sie schon hier ist die Tomate Kostet ja nix Oh genau Wie weit ist denn die Reichweite von den Schüssen Oh, die ist richtig weit Geil Geht es durch das Netz auch durch die Schüsse Nein, schade Oh Die Treffer sind ihm gegönnt Oh nein Ich habe daneben getroffen Ich dachte, das trifft ihn Naja, egal Tschüss Yay Und da tanzt Ah, okay Wenn man einmal die Tomate hat Okay, okay Also Ich muss schon Wenn ich dann mal mehr Gegner hier habe Muss ich da schon sehr taktisch vorgehen Oh ja Jetzt auf Distanz Oh doch Gott Ist das stark Oh Gott, ist das stark, wenn man Vollenergie behält Das ist so stark, wenn man die volle Energie behält Weil man sie ja die ganze Zeit Auf Distanz einfach angreifen kann Okay, dann nach oben leider nicht Nach oben nicht, okay, schade Ja, okay, nach oben geht's nicht Alter, das ist so sick Und ich lade ja nicht mal auf Ich mache ja nichts Ich schlage ja nur mit dem Schwert Ich schlage ja nur Holy shit Beste Waffe Bevor er seine erste Attacke macht, ist er weg Alter, es ist Ist schon ein bisschen crazy So Und weiter geht's Jetzt wieder gegen Meta Knight Mit seinem eigenen Schwert Nein, ich habe doch schon ein Schwert Ja eben Okay Ah, schade Da habe ich schon den Treffer kassiert Damit ist schon der Mondschuss weg Aber juckt Ah, jetzt kommt wieder der Quatsch Oh, schade Ach man, wenn er in der Luft ist, kann ich das nicht Wieso darf er das Nice Und tschüss Ach komm So Ja, sehr schön Sehr, sehr schön Gleich noch eine neue Bestzeit aufgestellt Aber die ist nicht reiterrelevant Okay Kriege ich jetzt eigentlich wieder so einen Stern Ding Ach was Dann sind die ja Dann sind die ja unbegrenzt Theoretisch Dann sind die theoretisch ja unbegrenzt Zu nutzen Okay Okay Wenn wir schon hier sind Machen wir mal schnell die Codes Die mir Counter mitgeteilt hat Äh Muss ich kurz raussuchen Sekündchen Wo hat er das denn geschrieben? Da Nee Nee Wo hat er das denn geschrieben? Mist Wie lange ist denn das her? Ach hier Clear Demo und New Adventure Alles groß ne? Clear Demo Clear Demo Nochmal eins Sehr gut Yay Und Ach ich kann kein neues eingeben Bis ich das alte abgeholt habe Okay 300 Sternmünzen Juhu Sehr schön Nehmen wir mit Und New Adventure Und New Adventure So Sehr schön Danke Counter Für wahrscheinlich nochmal Sternmünzen Und ein Stern ist mit dabei Sogar Cool Nice Aber nachdem wir jetzt ja gelernt haben Dass wir ja praktisch Also wenn man diese Sternmünzen Jetzt wirklich dringend bräuchte Und Keine Ahnung Keine mehr zur Verfügung hat Was irgendwie fies wäre Also ich denke schon Dass die immer genug Zur Verfügung haben sollten Hoffe ich mal Alles andere wäre halt echt komisch Ähm Na aber Wenn man das dann schon hat Genau Hier war noch was Yay Äh Wenn man Wenn man das dann schon hat Dann kann man sozusagen Sich über das Kolosseum Unendlich viele holen Von den Dingern Gut Was ich jetzt noch gerne machen würde Wäre Die Die Schriftrolle Im Im Geisterhaus zu finden Da muss ich bei einer grünen Münze Nach einem Loch Ausschau halten Da bin ich jetzt mal echt gespannt Dann muss ich wieder den kompletten Abschnitt Mit der Glühbirne machen Ja ja Ist schon recht Ja okay Hilft nix Müssen wir durch Komm geh weg Ach das war Das war eine Ja ist egal Die nehmen wir natürlich gerne mit Ach ja Neue Kapsel Kann man wieder nehmen Ne Ne Ah ich versau mal die Kapsel Oh mein Gott Ich hab sie noch erwischt Noise Da ist eine grüne Münze Aber die war nicht gemeint Ne Es muss am Ende irgendeine mit einem Loch Mit einem Loch in der Wand oder so sein Grüne Münze und Loch in der Wand So viel habe ich mir gemerkt Ah ne da bin ich noch gar nicht rein Ah ich glaube wir haben den Abschnitt mit der Crew Ja genau wir haben den Abschnitt schon Gut Sehr schön So Interessiert mich alles nicht Oh mein Gott Das hätte ich ohne Hinweis nie gefunden Oh mein Gott Das hätte ich niemals ohne Hinweis gefunden Yo Das war ja sick Ja Hallo geht ja auch weg Ach warte das musste ich Ach ich ja Ich war ich erinnere mich Ach ich muss den dann sogar mitnehmen Ich hab noch so gemeint Ja Und wenn man den jetzt nicht hätte Dann wäre das ein ganz anderer Abschnitt Aber man muss den mitnehmen Okay Das ist schon so gedacht Dass man den an der Stelle hat Okay 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 Ich dachte das ist Bonus Content Wenn man den findet Aber ist es gar nicht Ja easy Gut Aber ey die hätte Oh mein Gott Nehmen wir noch auf Ja okay Ich hatte kurz Bedenken Weil ich plötzlich YouTube offen hatte Aber das hatte ich wegen dem Code So Okay Ja dann können wir doch den Kugelblitz gleich upgraden Gibt der mir dann mehr Hinweise auf so Auf so Rollen die ich einfach noch nie gefunden habe Wahrscheinlich immer wenn der rot ist Wenn der rote Blase hat Dann gibt er mir den wichtigen Hinweis Okay keine rote Blase Okay muss ich darauf achten Wenn der rote Blase hat Mit ihm sprechen Bremskugelblitzblaupause Oh die ist auch schon eine ganz krasse 1203 braucht die schon Schau mal einer guck Okay was kann die jetzt so Wie siegst du Aktiven Kugelblitz Fortlaufend Gegner Wird die Zeit noch länger angehalten Okay Ah Oha Oh das ist ja krass Oh das ist ja eine ganz krasse Geschichte Crazy Jetzt will ich den Sandsack mal mit dem Schwert verprügeln Der arme Sandsack Nein Das war die falsche Kombi Ich wollte die andere Kombi mal probieren Nein Ah ich mach's immer falsch Moment Hi Hallo Rutsch doch mal Ja genau die Zack Richtig crazy Okay Gut Sehr schön Dann haben wir doch einen sehr erfolgreichen Part hinter uns Würde ich sagen Ich bedanke mich fürs Zuschauen Nächstes Mal geht's wieder weiter In Welt 4 Tschüss